Hallo und herzlich willkommen zu Röttgen Brei Master Junior. Heute aus Grünstadt in der Pfalz. Heute machen wir Flammkuchen. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Und was wir dafür brauchen, ist folgendes. Wir brauchen Teig, Frühlingszwiebeln, Schmand, Fetterkäse und Speck. Und jetzt machen wir den Schmand drauf. Und dann verreiben wir das ein bisschen. Als nächstes nehmen wir die Frühlingszwiebeln und streuseln die ein bisschen über. Und dann nehmen wir die Fetterkäse und streuseln es auch drüber. Als letztes machen wir Speck drauf und dann geht's raus an den Grill. Jetzt ist der Grill wirklich heiß und jetzt schiebe ich den Flammkuchen da rein. Und jetzt mache ich es zu. Und bis es fertig ist. Und ihr seht, der Flammkuchen ist wunderschön. Und jetzt schneiden wir es durch. Und so einfach macht man Flammkuchen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr abonnieren und einen Daumen hoch machen. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.